Hallo liebe Leute, heute stelle ich meine Gitarre vor. Das ist meine neue Gitarre. Gut, natürlich, super. Und die Engel habe ich jetzt hier hingetan, weil ich die heute in An- und Verkaufladen gekriegt habe. Ja, jeweils 50 Cent. Jetzt haben wir insgesamt drei Euro bezahlt. So, und jetzt freue ich mich, dass ich meine Engel habe und meine Gitarre. Und wenn du das jetzt siehst, dann wünsche ich dir viel Glück, liebe Seine Engel. Und ja, dann singen wir mal los. Ich ging auch wieder heute wieder spazieren, das war wirklich wahr. Und finde das so dumm, du platzst ja hier. Ich bin so gut gedacht, meine Mama klar. Ich gehe natürlich ja nach gefühlt weg bis nach Hagegan. Am An- und Verkaufladen hab ich dann für 50 Cent ein Engel gekauft, bis zumviere. Ich gehe noch... Ich gehe noch... Ich gehe auch noch... Natürlich höre ich dann natürlich alle drei sechs, Sechs Engel dann gewohnt. Viel Glück, du süßer Engel, viel Glück, du süßer Engel, viel Glück, du süßer Engel, du bist wunderbar. Du, du, ich schenke dir ein Herz, du, du bist immer mein Herz. Ich schenke dir ein Engel und Engel schützt dich dann, hurra, hurra, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sechs kleine Engel hab ich heute, heute geholt. Tja, dann viel Glück, viel Segen, auf allen Wegen, euer Tommi und Joe. Tja, dann viel Glück, du süker Segen, auf allen Wegen, Euer Tommi. Vielen Dank.